Die Radio 112 Messe News von der Interschutz 2010 in Leipzig. Wir haben ein paar Monate vorhin entwickelt, ein neues Wasseradditiv für die Feuerkirche. Der Ziel ist es, die Leistung auf A-Fire zu verbessern, das ist der Hauptrisiko. Wir haben erfolgreich mit einem Feuerkirche mit 43A und 233B mit 6 Liter nur. Es ist eine große Veränderung, weil der letzte Standard auf dem Markt war 27A. Und das ist ein sehr guter Veränderung. Der Markt mag es sehr gut. Das ist ein neues Produkt. Und natürlich, dieses Produkt ist vollständig mit neuen Problemen, wie die neue Regulation auf Flügel, auf Flügel-Pollution, sowie die Milieu-Curv-Voluntary-Environmental-Norme. Das ist eine vollständige Leistung von Feuerkirche, und diese Informationen auf www.unitech.biz. Radio 112 04 Overview 05 10 05 05 05 05 05